Jairus ist ein junger, gutaussehender 18-Jähriger und heute ist sein Geburtstag. Darauf hast du schon lange gewartet. Du hast lange darauf gewartet, ja. Du bist endlich legal auf dich allein gestellt. Ja, ganz legal. Dein Onkel Roger tauscht die Glühbirne von morgen ein. Du hattest nicht vor, sie mitzunehmen, oder? Billy holt mich ab. Lass uns wissen, wo du landest, damit wir wissen, wohin wir deine restlichen Sachen schicken können. Ich habe alles, was ich brauche. Brauchst du etwas Geld? Ja.